Was ist das für Fernsehleute? Mal gucken, mal gucken. Also erstmal dauert die Verleihung ja ewig. Wie definieren Sie ewig? Naja, ich vermute bis elf oder sowas. Und dann werden wir natürlich kräftig feiern. Ist klar. Schlussfrage, auf welchen der internationalen Preisträger und Preisträgerinnen freuen Sie sich besonders? Zu Junior Weaver natürlich. Warum? Ich finde es eine großartige Schauspielerin. Al Pacino? Al Pacino ist doch mal keine Frage.